Ich hab dich auf diese Welt gebracht. Eine Maschine, die denken und fühlen kann. Gut so, komm, komm. Komm hier, kleiner Freund. Das ist eine Uhr. Uhr? Es ist wie ein Kind. Es muss lernen. Dein Name? Chad P. Alles, was du im Leben tun willst, kannst du tun. Gedächtnis schreiben, eigene Ideen haben. Wow. Die Menschen fürchten sich immer vor etwas, das sie nicht verstehen. Das Problem an künstlicher Intelligenz ist, dass sie viel zu unberechenbar ist. Weißt du, was ein schwarzes Schaf ist? Nein. Das ist, wenn man anders ist als alle anderen. Du hast uns viel mehr beigebracht, als ich mir jemals hätte träumen lassen. Ich mach dich cool und tough. Nicht lachen, ich bin cool. Dieser Roboter muss vernichtet werden. Er ist doch nur ein Kind. Er könnte die nächste Stufe der Evolution sein. Ich habe ein Bewusstsein. Ich bin lebendig. Ich bin's happy. Richmond Valentine hat mit biologischen Waffen experimentiert. Was werden Sie jetzt tun? Wir werden Valentine ausschalten. Versammeln Sie die Kingsmen.